Alleine die Tatsache, dass ein klitzekleiner Verlag mit seinem Magazin Multipolar es geschafft hat, mit einem Budget von 15.000 Euro die Protokolle vom Robert-Koch-Institut zu erstreiten, zeigt, wie schlecht es um unsere vierte Gewalt, also um unsere Leitmedien hier in Deutschland, bestellt steht. Auf der anderen Seite könnte man allerdings auch fragen, vielleicht haben Sie ja alle mitgemacht und das alles unter dem Motto, wes Brot ich fress, des Lied ich sing. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen News-Küche. Es freut mich, dass ihr zumindest auf YouTube hoffentlich wieder so zahlreich eingeschaltet habt und für die Neuen auf TikTok, ja, ich bin jetzt auch hier. Ich war zwar schon vorher hier, aber das war nicht ich, sondern das war jemand anderes, der ganz gerne einfach einmal meine Videos irgendwie hochgeladen hat. Das hier, zumindest was TikTok anbelangt, ist der Originalkanal. Ja, aber dann lasst uns doch einmal gleich zum Thema kommen. In diesem Video geht es um die Protokolle des Robert-Koch-Institutes, welches das kleine Magazin Multipolar nun vor Gericht erstritten hat. Also, Sie waren schon seit längerem im Besitz dieser Protokolle, haben sich aber jetzt für die Veröffentlichung der mehr als 1000 Seiten entschieden. Und so langsam nimmt dieser Zug jetzt auch Fahrt auf. Also, wie gesagt, vor einer Woche war das noch so ein Nischending. Ja, und jetzt? Jetzt kommen Sie plötzlich alle aus Ihren Löchern gekrochen, möchte ich mal sagen. Egal, ob das die Leitmedien wie zum Beispiel die Zeit oder der Spiegel oder die Süddeutsche sind, aber auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und wenn man bedenkt, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen ein jährliches Budget von über 8 Milliarden Euro hat, welches wir alle bezahlen, finde ich, ja, ist es ein Skandal erster Güte, dass dieses kleine Magazin mit einem Budget von 15.000 Euro diese Protokolle erstritten hat. Und die wichtigste Erkenntnis aus den Protokollen des Robert-Koch-Institutes, ja, das sind im Grunde fünf Teilbereiche. Also in den ganzen 1000 Seiten dieser Protokolle, wenn man die alle mal zusammendampft und sich nur auf das Wesentliche konzentriert, sind bisher folgende Sachen halt herausgekommen. Also das Erste ist einmal, dass die Gesundheitsbeeinträchtigung laut Robert-Koch-Institut, was, na, ihr wisst schon was, ja, vor zwei Jahren, zwei, drei Jahren, dass das eher mäßig gewesen sei. Ja, nach außen hin kommuniziert haben Sie aber, dass diese Gefährdung hoch bis sehr hoch sei. Dann wussten Sie, dass der Zwang, ja, sich dagegen impfen zu lassen, unethisch sei, kommunizierten nach außen hin aber, dass dieses alternativlos wäre. Sie wussten, dass die Schäden, die durch die Lockdowns hier in Deutschland verursacht werden würden, dass die weitaus höher sein werden, als, ja, wenn man keine Lockdowns durchziehen würde. Auf der anderen Seite kommunizierten Sie aber auch hier wieder, dass auch diese zwingend notwendig seien. Sie wussten ganz genau, dass die FFP2-Masken, was die Verbreitung des Virus anbelangt, völlig unwirksam sind, kommunizierten nach außen hin aber, dass das Tragen einer Maske zur Vorschrift werden sollte. Und eigentlich wollte das Robert-Koch-Institut den Impfausweis auch dafür nutzen, die Spätfolgen einer Corona-Impfung zu dokumentieren, kommunizierten aber hier auch nach außen, dass es überhaupt gar keine Spätfolgen geben würde. Aber nicht nur das ist ja eigentlich schon ein veritabler Skandal, sondern auch, dass sich jetzt alle Protagonisten der damaligen Zeit entweder komplett wegducken und man von diesen überhaupt nichts hört, oder dass sie diese Informationen, die in den Protokollen des Robert-Koch-Institutes drinstehen, ja, dass sie die entweder versuchen zu diffamieren, oder zu sagen, Leute, das ist alles nicht so, wie es hier dargestellt wird. Das ZDF-Titel zum Beispiel, ein Skandal, der keiner ist. Und da frage ich mich allen Ernstes, wen diese Menschen eigentlich noch verarschen wollen. Und hier einmal ein Beispiel dafür, was gerade, ja, der Fernseher dem geneigten Zuschauer versucht zu erzählen. Und da ist es mal ganz interessant, darauf zu achten, wie die Gestik oder auch die Mimik der Reporterin ist, als sie, ja, ihren kurzen Bericht zu Protokoll gibt. Meine Kollegin Nadine Bader, die ist im Thema. Weiß man denn, warum Stellen geschwärzt wurden? Das Robert-Koch-Institut hat sich heute schriftlich geäußert und hat gesagt, man habe bestimmte Stellen eben geschwärzt, um Mitarbeitende zu schützen. Und der Vorwurf, der ja konkret kursierte in einigen Medien, man habe politischen Einfluss genommen, um die Gefährdungslage hochzustufen. Da handelt es sich ja um eine geschwärzte Stelle. Da hätte es sich eben womöglich, so wurde gemutmaßt, um eine Person aus dem politischen Umfeld des Bundesgesundheitsministeriums handeln können, auf deren Go man warten musste, um die Gefährdungslage hochzustufen. Da sagt das Robert-Koch-Institut aber, diese Stelle, diese geschwärzte Stelle, da handelt es sich auch um einen Mitarbeitenden des Robert-Koch-Instituts. Ist damit der Vorwurf einer politischen Einflussnahme vom Tisch? Also in diesem konkreten Fall kann man in jedem Fall sagen, ja, da ist dieser Vorwurf vom Tisch. Ach ja, und das hier übrigens, das sind unter anderem einige der geschwärzten Seiten des Robert-Koch-Instituts beziehungsweise von seinen Protokollen. Wenn ich jetzt mir überlege, dass unser Gesundheitsminister sich vor die Kameras gestellt hat und gesagt hat, ja, ist doch alles nicht so wild, da geht es doch nur darum, um den Namen von einem Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts zu schützen. Ja, was war das für ein Mitarbeiter? Was hat der alles entschieden? Was dürfen wir denn da nicht sehen? Also da frage ich mich allen Ernstes, auch hier wieder, ganz ehrlich, wen wollt ihr eigentlich damit noch verarschen? Und auch ganz vorne mit dabei, was die Diffamierung von Multipolar als rechtes Medium und den entsprechenden Redakteur, der das zusammen mit seinem Team aufgearbeitet hat, anbelangt, das ist der Spiegel. Denn dieser schreibt unter anderem, dass das Magazin Multipolar ja rechten Verschwörungstheorien anhängen und diese auch verbreiten würde. Also da passt das Framing halt. Wenn ich jetzt aber auf der anderen Seite sage, dass der Spiegel unter anderem von der Bill Gates Foundation 2,9 Millionen Euro bekommen hat, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt das passende Framing für den Spiegel ist. Wie gesagt, die jetzigen Akteure, also die Leitmedien, aber auch Politiker wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach oder dieser grüne Politiker, der sogar, ich weiß seinen Namen gar nicht mehr, Janosch irgendwas, Dahem oder so, glaube ich, heißt er, der meinte, ja, das sei ja alles von ausländischen Nachrichtendiensten, wird das verbreitet und so, wo ich mir gedacht habe, so, ey, Alter. Gut, aber das nur mal am Rand. Es wird auf jeden Fall versucht, ja, nicht nur diese Protokolle des Robert-Koch-Institutes kleinzureden und zu sagen, Leute, das ist halt alles nicht so schlimm, was da drin steht. Oder man versucht halt, sich komplett irgendwie selbst aus der, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und komplett aus der Schussbahn, ja, zu bringen. Und Leute wie zum Beispiel eine Sarah Bosetti, die ja damals mit ihrer Aussage des Blinddarms aufgefallen ist. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie sich irgendwann mal hinstellt und um Entschuldigung bittet. Ja, am Ende, meine Lieben, bleibt für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich persönlich bleibt da einfach ein wirklich fader Beigeschmack bei der ganzen Geschichte. Denn wenn man bedenkt, dass ganze Spielplätze einfach abgesperrt worden sind, dass man nicht mehr spazieren gehen durfte, dass man nicht mehr auf einer Parkbank sitzen durfte, dass man nicht mehr Schlitten fahren durfte, ja, das alles haben wir der Wissenschaft zu verdanken. Ja, denn wir sollten damals alle auf die Wissenschaft hören. Und wenn man jetzt sieht, dass dieses zum Beispiel flatten the curve, was, also, ne, Abflachung der Kurve, dass das alles irgendwie inszeniert war, ja, da frage ich mich allen Ernstes und das frage ich mich wirklich, wie die Medien jetzt noch versuchen können, das alles in irgendeiner Art und Weise zu relativieren. Ich für meinen Teil bin ein Mensch, der nicht auf Rache sind. Das liegt mir fern. Ich möchte einfach nur, dass eine solche Zeit, wie wir sie damals alle erleben mussten, hier in diesem Land nie wieder vorkommt. Ich bin auch kein Richter. Also, ich bin nicht derjenige, der über die Verantwortlichen zu entscheiden hat. Das überlasse ich denjenigen, die in diesem Fall ausgebildet sind. Aber das, was ich erwarte von den Verantwortlichen, aber auch von den Medien, die in der ganzen Zeit dieses Spiel mitgespielt haben, dass sie hier einmal um Verzeihung bitten. Ich weiß, das wird nicht passieren. Aber das ist das, was ich hier erwarte. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wirklich angenehmen Tag, beste Gesundheit. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8.000 Projekten, in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun den Gürtel enger schneiden müssen und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört. Ich wünsche euch noch ein